Ach so, das ist so eine Redstone. Ja, ja, Alter. Das ist aber mega einfach. Geh mal weg da. Ich hab gedrückt. Du kannst doch einfach schon die ersten beiden Blöcke überspringen. Außerdem schaffst du auch so. Was machen wir eigentlich immer so eine dumme Aktion? Das geht richtig easy einfach nur. Warum bist du eigentlich so ein Opfer, Junge? In der Sicherheit. Die haben sowieso der langweiligste Spieler einfach nur on Earth. Ich bin als einziger durchgekommen, ey, ihr Loser. Geil. Ich hab sogar real gemacht. Ich hab den Schalter gedrückt, ihr Wichser. Bei den Knopf hier ist... Schalter drücken geht schlecht, ne? Tür war offen. Oh, fuck. It's too late. I apologize. It's too late. Ich bin einfach so smooth, wie ich da grad durchgegangen bin. Aua. 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 Ich glaub, er schafft es nicht. Ich glaub auch nicht. Hey! Hey! Hey, nee! 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 Junge, du warst draußen, Mann! Ey, nee! Ja, ist mein Chat irgendwie aus, oder wird das bei euch auch nicht angezeigt? Ich bin jetzt mal ehrlich. Ja, bei mir wird das auch nicht angezeigt. Mal ehrlich jetzt. Dumm, ey. Früher hat man jeden Command gesehen. Das ist nicht mal real. Was? Ist da grad schon die Tür aufgegangen? Scheiße, musste ich denn hin? Ich glaub, es ist scheiße schon. Ja, du bist eh wieder nicht mit deinem Scheißsignal durchgegangen. Doch, bin ich. Weil ich einfach ein guter Spieler bin. Das ist doch überhaupt richtig, ey. Scheiße. Ich drück auch einfach mal nochmal. Ja, egal. Das ist auch zu schaffen, ey. Nee, das ist auch mega einfach eigentlich, aber... Es hat aber auch viel mehr Bock, wenn man sich mit beeilen muss. Das ist doch viel schrecklich. Ich hätte es gerade eigentlich gemacht, aber... Ey, Lian, darf ich eigentlich mal wieder GEMA-pflichtige Musik im Hintergrund laufen lassen? Das ist ja keine Macht. Mann, ich hab auch Spaß einfach so beim Spielen. Schmeiß mir die Aufnahmen halt weg. Fuck. Ich mach mal die Aufnahmen halt einfach weg. Ich hab auch einfach Spaß am Spielen. Das mag kein YouTuber, der Geld abfüllen, ey. Das ist echt so. Alter, Lian, geh doch mal weg, wenn ich die Challenge prob... Junge! Ich bin doch auch Abstand, du Opfer, ey. Wirklich, Mann. Ich bin der King of Kings. Ich möchte das sehen. Könnt ihr mir bitte nochmal aufmachen. Was? Ich möchte das sehen, was hier abgeht. Ja, dann guckst du da an, du wohnst. Oh ja, das mach ich doch jetzt auch. Gehst du mal von der Tür weg? Gemacht. Ja, toll. Du bist doch nicht mit deinem Signal. Natürlich war das mein Signal. Ich drück jedes Mal auch nochmal drauf. Jetzt geht's ja auch nicht mehr auf. Jetzt geht's ja gerade nicht auf. Ja. Das ist aber mein Signal. Du bist richtig die HS-Geburt. So was ist halt echt scheiße mal, wenn man das mit mehreren macht. Einer steigt sich halt immer durch. Ja, natürlich. Oder zwei. Oder neun. Oder einfach alle. Oder alle. Könnt ihr auch mal wieder ein schönes Special auf dem Mineplex-Server machen? Draw my thing oder sowas. Ja. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Ich hab das noch nie gespielt. Echt? Das ist ja schlecht. Das ist echt so. Was bist du für ein Minecraft-Spieler? Das ist echt so, Mann. Da sieht man, dass du nicht so der... Buh! 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 Ich hätte doch Minecraft-Spieler. Ich hatte doch noch viel zu lange die ge-crackte Version von Minecraft. Ja, ja, ja. Du meinst die ge-quackte? Ge-quackt. Ge-quackt. Hey, hey. Von den... Du musst noch kurz Wasser holen. Von den Quen. Ja, mach mal. Also jetzt zeigen wir mal alle, was war Quen, würd ich sagen. Es soll mal ne richtig ewige Folge geben. Kann man es auch. Wir haben unsere Folgen gar nicht... Wir haben unsere Folgen gar nicht getitelt, ne? Junge, ich hab sogar Sprite. Äh, ich meine Sprite. Also wenn ich die jetzt auch noch trinke, dann... Mach das doch mal. Ist doch witzig. Das haben wir jetzt ganz schön übel. Junge, wieso schaff ich's den fucking Spruch nicht? Ja, Sanno, kannst du mir mal so'n schönen C-Dur-Ton geben? So. Jetzt kann's doch weiter gehen. Ja, mach mal. Komm. Ich hab grad richtig einen schönen rausgepaukt. Ey. Ich bring mich nicht. Oh, Mann. Toll. So. Soos. Soos. Okay, die nächste Challenge ist gar nicht so schwierig. Hast du auf den Knopf gedrückt? Wer? Ja, du. Nö. Ja, ich auch nicht. Mach mal. Ne. Warum nicht? Guck mal runter. Warum hat Lia es denn schon geschafft? Weil ich geschafft Quake Pro ist. Reicht das jetzt? Junge, komm doch einfach hier hin, Alter. Reicht das jetzt? Ich drücke und dann gehen wir jetzt zusammen los. Das reicht doch jetzt. Alter. Scheiße. Hallo, jetzt hast du mir ein Disadvantage gegeben. Hier, pass auf. Ich sag mal. Stell dich genau neben mich hier. Ich seh dich, Alter. Okay, warte. Ich bin falsch gesprungen. Ja, ich musste lachen. Ich würd sagen, wir drücken jetzt einfach nicht mehr auf die Knöpfe, sondern warten einfach entweder, bis es einen halt gemacht hat oder machen Platz zusammen, die haben wir uns eigentlich gemacht haben. War die Tür schon offen? Ja, komm runter. Come on, ey. Come on. Trieb mal mehr Fanta. Okay, alles auf. Drei. Alter, ich seh auch nicht. Tschüss. Oh, Junge. Boah. Ich muss lachen, ey. Ich muss immer was trinken, glaub ich. Ey, der letzte Sprung, ey. Komm runter. Ey, jetzt nochmal ordentlich. Lian, komm runter. Okay. Und los. Oh, Mann. Ich hab's schon wieder verpeilt. Liam ist auch immer so dumm. Kommt ihr runter? Äh, äh. Der wird rausdrücken. Das ist mir doch scheißegal. Du hast doch selber gesagt, dass es mehr Spaß macht, wenn man sich auch beeilt. Das drück ich jetzt drauf. Wenn Alexander meint, dass er da lieber einfach vorspringt und das alles ohne Time macht, dann ist das egal, ey. Ich hab's grad gemacht und das war 100 pro mein Signal, weil der Typ gerade instant aufgeht. Nee, das glaub ich dir nicht. Aber man weiß doch, man weiß einfach, ob man sein Signal erwischt, indem man, wenn man keine Fehler macht, dann... Hm. Das ist aber noch zufrieden. Daaaah. Ich kann nicht spielen, wenn ich rürps. Es ist einfach richtig an disadvantage. Es ist einfach so. Soll ich, soll ich deinem Charakter noch, äh, Rülpsungen aufschreiben? No, sir. Ich kann's ja selber machen. Ich kann nur gut, Knechtel, aber... Ich kann nur gut, dass die ganze Phase sich drück, ey. So ein Spinner. So ein Spinner. Tür ist offen? Ja, zu spät. Das war gerade so. Ja. Das war nochmal gedrückt. Der wird sowieso durchgekommen. Natürlich. Aber ich renne auch viel langsamer, weil ich nebenbei noch eine Leiter trage. Oh, ich hab noch was getrunken. Das ist auch Toilette. Aber egal. Kann ich nicht holen. Sehr langweilig. Ja, der kommt selber auf, ey, ne? Hey, wait, du bist voll leise. Dann schalt mal deine automatische Mikrofonanstellung aus. Hab ich ausgeschalten. Toll. Dann schalt mal dein Mikrofon. Das ist ja auch ein bisschen... Lauter. Bin ich jetzt immer noch so leise? Oh, ist's ok. Ja, jetzt fehlt's. Keine Ahnung. Also eigentlich hab ich nicht ausgestellt. Die Audio-Regulierung. Ich kann mal nachgucken, ob du das hast. Ab. Der ist jetzt noch für irgendein Scheißabdates wieder geändert hat. Meine Mikrofonquette ist übrigens nur noch so scheiße, weil ich das rote Mikrofon auch gar nicht angeschlossen habe. Ja, und warte, kommt das mal? Einfach zu faul, das aus der Schachtel zu nehmen. Das liegt aber genau neben mir. Ach, Gott, du Scheiße, ey. Alter, Junge, ich will gleich zum Freitode, wenn ich schon mal so.